... schaffen, die ihn zum Verbrecher machen. Ja, genau das wollte ich sagen. Nein, wollte ich nicht. Jetzt wartet mal, was ist, wenn wir uns in ihm irren und er ein netter Kerl ist? Ja, was wären wir denn dann? Jetzt können wir auch einfach weitergraben und hoffen, dass wir was finden. Habt ihr kein besseres Versteck? Moment, ich kriege das hin. Oh, na super, sieht überhaupt nicht verdächtig aus. Psst, da kommt er. Er hat sie nicht gesehen. Mach ihn darauf aufmerksam, mach ein Brieftaschen-Geräusch. Brieftasche! So machen Brieftaschen doch gar nicht. Dann mach du's doch, wenn du... Das war ja echt richtig gut. Äh, Jungs... Ist das eine Falle? Versucht ihr mir was anzuhängen? Das versucht ihr schon die ganze Woche, hab ich recht? Ihr wollt mich blamieren oder mich testen. Du hast verstanden! Annaise, hast du davon gewusst? Die richtige Frage wäre doch die, kann man denn wirklich wissen, was die anderen... Ja, ich hab sie drum gebeten. Tja, war schön, dich kennengelernt zu haben. Wir hatten schon schlimmere Abschiede. Nicht euch, es war schön, sie kennengelernt zu haben. Ihr wart schrecklich! Naja, wenigstens kann's nicht schlimmer werden, oder? Tja, tja! Vielen Dank.